So, weiter geht's mit Rise of the Tomb Raider. Ähm, wir sind hier diesmal an unserem Lagerplatz stehen geblieben. Haben Pfeile und Bogen. Jetzt wird uns hier noch die Steuerung erklärt. Brauche ich aber keine Erklärung für, weil ich die Steuerung kenne. Wir sammeln jetzt erstmal kurz ein paar Gegenstände. Ein wenig Holz. Damit wir uns neue Pfeile machen können. Ich meine auch, hier würden gleich die ersten Gegner kommen. So. Zwar, wir müssen da vorne hin, aber ich würde mich gerne erstmal ein bisschen ausstatten. Ein Hirsch. Ein bisschen Holz. Na, nicht beim Radar. Ja. Hier haben wir eine Feder. Damit können wir uns dann später Pfeile machen. Schon mal, ob das noch so... War das nochmal so? Nee. So. 22 mal 25. So, dann sammeln wir nochmal ein bisschen Holz irgendwo. Da vorne blinkt da irgendwas. Kann man das übersetzen? Kann sie nicht recht anziffern. Okay, also wir müssen weiter lernen. Das war ein Bär, so wie es sich angehört hat. Und erwischt. Wir brauchen nämlich auch ein bisschen Fell. Zack. Hier hat doch eben irgendwo was geblinkt. Hier wird es mir nicht angezeigt. Ich komme schon mal kurz auf die Karte. Relikte. Wahrscheinlich sind wir noch nicht dafür bereit, hier alles zu erkunden. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal ein Stück weiter. Mal das Leertaste halten, um auf Bäume zu klären. Das ist schon klar. Ich bin ja nicht ganz von gestern, ne? Team Schnee ist auch klar. Das ist Leuchtfeuer, ne? Ein Bär. Team Schnee ist auch klar. Ah, willst du noch? Willst du noch? Hast keinen Bock mehr auf mich, ne? Scheiße, haben wir jetzt den Eispickel noch? Ja, das war eher ungemütlich. Oh, Laras Vater. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Death. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Death? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen. Ich muss da ran gehen. So, Echoes der Vergangenheit. Sammeln sie Ressourcen und heilen sie ihre Verletzungen. Jo. Wir müssen jetzt Bären finden. Heilende Bären. Da haben wir doch schon hier. Was blinkt jetzt schon hier so auf? Ist ja wie ein Far Cry Primal hier. Oh. So, das muss mal raus hier. Wir haben jetzt mal eine Frau hier in Anwesenheit. Aber ist ja egal. Eine Hinterlassenschaft aus dem Köln. Was da? Trinity da oben. Ich müsste reichen. So. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Ausgefeilte Pläne. Finden sie einen Weg, den Bären zu besiegen? Ja, kämpfen, ne? Das ist mal die schlaueste Idee. Jetzt suchen wir wieder zurück, ne? Da kommen wir ja nicht lang. Oder? Naja, wir müssen wieder zurück. Alles klar. Haben wir noch irgendwie Holz? Ne, Holz, nichts da. Dann wieder hoch. Ich will hier auch nichts übersehen. Hä? War das nicht mit mittlerer Mausrad? Da geht's lang. Da geht's auch lang. Dann gehen wir erstmal hier lang. Aha. So geht's viel schneller. Glaub mir. Werung ist gut. Das können wir dann später für... Crafting benutzt. Was ist das? Dücken sie... Das begreifende Seils. Aha. Hopp. Uuuuuhh. So. Ich hätte gerne aber noch ein wenig Holz, ein paar Ressourcen. Um mich dann auf den Kaptox vorzubereiten. Vor allem für die Pfeile. Wieso ist denn das so... Mir kommt das so grisselig vor? Wartet mal. Mir kommt das so grisselig vor? Wann kommt mir das so grisserlich vor? Blooming blablabla Was? Linsenpflichtsituation Ermöglichtes Helfen des Lichtes auftreten Lichtbruch Als würde der Spieler durch die Kamera Ach komm, machen wir mal ein So Boah, war dieser Grissel-Effekt Boah, das nervt mich gerade Sekunden, ich guck mal grad nach Grafik Wo sind die Anti-Alias? Textur Filmkörnung Deaktivieren Um Filmkörnung zu entfernen Ah Aha Schon viel besser Schon viel besser Das hat mich nämlich gerade extrem gestört So Da müssen wir hin Da will ich noch nicht hin Ich will erstmal hier sammeln Einmal Holz, bitte Ich mache jetzt öfter diese Vision hier an Nicht wundern Da sieht man's halt besser Hä? Also Gut Es scheint nicht viel mehr zu geben Wir gehen jetzt einfach mal zur Höhle Und dann hoffen wir, dass der Bär Gentle ist Ach, zwei von drei Pilzen Oh, da haben wir doch noch welche Hä? Achso, wir müssen das erstmal freischalten Alles klar Jo Dann auf zum Camp Ich hab noch grad keine Ahnung was das ist Hier haben wir noch ein Das ist schon ausgenommen, okay Mongolische Schrift Kann sie nicht recht anziffern Okay Scheiße Ich hebe mir jetzt mal die Pfeile auf So Wo geht's denn zum Camp Ist jetzt die Frage Rechts Ne Links Und dann eigentlich Von vorerst Nur geradeaus Na? Da lang Ups Egal Egal Fällt man schon aus Als Lagercroft Ist ja schmerzgewohnt Zack 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 Alles mitnehmen hier Alles mitnehmen hier Scheiße Jetzt haben wir sich abgehauen Komm zurück Jawohl Jawohl Das wollte ich jetzt aber noch haben So Laut dem Weg geradeaus Jo Das sieht richtig aus Und dann hier lang und dann nach links Und dann so wieder beim Lager Jo Äh Alter liebe Outfits weiß ich So Wir brauchen Giftpfeiler Upgrades Schauen wir mal gerade selber nach An Waffen Nein Aber wir können die Fähigkeiten upgraden Schauen wir mal gerade überleben da Ich glaube hier war irgendwas Schnellere Herstellung von Wurfablägten Nein Feine hergestellt Anblick der Licht Nein Stellen sie Nein Waren die beträchtliche Höhe sicher Ne Ich nehme mal das hier Mehr EP Durch Dinger Oder gehen wir mal weiter Oder gehen wir mal weiter Gar nicht So kalt So müde Oh Heules Hose Nein Du hörst mir zu Diese Entdeckung ist zu bedeutend Ich habe mich keinen Deutung meinen verdammten Ruf Wie kannst du es wagen mir zu tun Nach allem was ich für dich getan Hallo Hallo Dad Was ist passiert Die Knallen Du machst mir Angst Ich bin nach dran Ich bin nach dran Nach dran an etwas sehr wichtigem Eines Tages Wirst du es verstehen Ich will das gar nicht verstehen Ich will das gar nicht verstehen Ich will nur dass du aufhörst Sei wieder mein Dad Ich bin nach deinem Was war die Los, wir haben sie. Lauf weiter, los. Los. Schnappt ihr euch. Schnappt ihr euch. Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. War lagbar! So, der ist down. Und wie es weitergeht. In der nächsten Folge. Von Rise of the Tomb Raider. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.